So, wir grüßen als nächstes die Nahrungs-Song wie Holger mit einer Soft-Meisterin, die erste Soft-Meisterin, Alexandra Pies, mit ihrem Nahrungs-Dreinmal-Fore-Sprungen, also-Fore, Fore, 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 Fore. Es wäre vermutlich einer mit Kiesel und Sacken-Nagelkunde, Sie schämen. Im Mittelmein hat sie das Kräuter-Wiedli und auch das Kräuter-Wiedli in ihrem Nachruf betreut fachkräftiges Kräuter-Wiedli. Kräuter-Wiedli-Kräuter-Wiedli-Kräuter-Wiedli. Das könnte die Bakterien sehen. Dieses Brotus. Vom Honoriert-Wiedli-Kräuter-Wiedli-Kräuter-Wiesel. Das wäre auch sicher gewesen. Die Reclame war so ungfältig. So bis sie gute Langansage haben. Einmal! Einmal.